Toni Kroos, warum sollte der um seinen Platz fürchten müssen? Das ist ein Weltklassespieler, der unsere Mannschaft natürlich auch prägt. Man sieht ja, wie schnell irgendwelche Spieler irgendwie dann ausfallen können durch Verletzungen und so weiter. Von daher bin ich natürlich wahnsinnig froh, dass im Mai die Nominierung ist, wenn alle irgendwie gesund sind und fit sind. Beim Turnier braucht man sowieso natürlich auch logischerweise mehr wie nur elf.